hallo und herzlich willkommen zurück bei world of warships diese folge geht es nun weiter mit danae sag ich das einfach mal so auch hier wieder schiffs ep sammeln nur die schiff sich die freien ep weiß noch nicht vielleicht eventuell werde ich die benutzen aber erstmal möchte ich bevor ich hier forsche mit euch erstmal ein paar ründchen machen weil diesmal ist nicht nur ein kreuzer zum freischalten da sondern zwei das bedeutet wir müssen noch 23.000 schiffs xp sammeln danach also konzentriere ich mich erstmal auf emerald emerald wie aus minecraft emerald und hawkings danach dann haben wir zwei kreuzer zum hochziehen und großbritannien naja lang geredet kurzer sinn wir legen jetzt einfach mal los nach anderthalb minuten endlich was gefunden gut wir haben wir hier alles ja höchstufe vierer darunter sind auch welche da supi oha zwei zerstörer zwei zerstörer das sind kalidon naja wird schon schief hier wer das der gefecht starten max monopoli so gucken wir auf der karte bleiben geradeaus aber distanziert geradeaus wir haben keine ja okay doch 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 wir haben keine torpedos aber da unten sind sie doch gut 11,3 hauptbatterie torpedos 6 wie immer ganz kurz naja und ich habe nur hydra hydroakustische suche ortung schiffe natürlich vier kilometer alles andere ist da drunter ok bei vier kilometer kann ich ja suche benutzen da habe ich vier stück mal von und viermal reparatur mannschaft das gut das wird so wirkungsdauer über eine minute eine minute und 40 sekunden Ladezeit, 2 Minuten. Ja, wow. Da schon mal einer? Oh, da. Der ist dahinter. Okay. Weiter, weiter, weiter. Kommen wir ein bisschen weiter nach links. Ich bin nicht zu nah. Kein Bock drauf. Oh, ich wurde entdeckt. Natürlich. Bleib stehen. Koppel, das war ja nicht zu spät. Oder zu früh. Ach, keine Ahnung. Okay, dann kann ich ja hier stehen bleiben. Und theoretisch, das wird nicht treffen. Oha. Okay, ich sollte nicht so viel labern, sondern draufschießen. Warte, Zeug hält. Ah, der ist gleich da oben. Äh. Da ist nix. Ähm. Hä? Wo ist der hin? Oh nein. Ähm. Oh. Hallo Kuma. Du siehst mich noch nicht. Aber du denkst bestimmt, ich sei ein... Irgendwas. Ähm. Ähm. Okay. Das bringt mir gar nichts. Ähm. Äh. Nebel verdichtet? Oh nein. Jetzt sieht er das in Kreuz ab. Äh. Äh. Hahahaha. Jetzt stirb. Hahahaha. Sorry. Ich wusste. Oh nein. Ah. Oh. Pff. Hahahaha. Ja. Hahahaha. Zu früh gefreut. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab's natürlich nicht gesehen. Jetzt bin ich als erster gestorben. Ja super. Hahahaha. Auch nicht schlecht. Ja gut. Ähm. Ja. Dann warte ich mal bis die Runde beendet ist. Das wir dann weitermachen können. Aber es war ne lustige gute Runde. Wenigstens ein Ei gekriegt. Siehst du? Also wenn ich mal ein bisschen vorspüren. Bis gleich. Danke. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nice. Da kann ich ja direkt auf Weiterkämpfen klicken. Zack. Dann warten wir mal. Da wird es schon geladen. So. Kommt wohl nicht an. Gemütet. So. 30 Sekunden warten. Bis das Gefecht losgeht. Jetzt habe ich einfach untergedrückt. Ne. Jetzt hast du. Stufe 5 waren wir jetzt. Oh. Mutsuki. Und. Ijazla. Ich würde so sterben. Tja. Dann. Äh. Mache ich 1 auf A. B und C wollen wir nicht. Wir machen 1 auf A. Arrg. Viel Glück allen. Ja. Will ich euch auch. Viel Glück allen. So. Äh. 11,36. Toppedos. Wenn man die Kilometer erhöhen könnte. Bisschen mehr. Irgendwas. So. Machen wir ihnen das Leben schwer. Das hat er abgelegt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Dann lassen wir den Nikolas vor. Und warum bin ich schneller als Nikolas. Nikolas. Komm. Let's go. Du bist schneller als ich. Das weiß ich ganz genau. Na los. Hopp hopp. Tu deine Pflicht. Als Kommandant. Nach dem Bereich Quadrat. I7. Was soll er sein? I7. Da ist nix. Achso. Für euch. Ja. Für mich nicht. Was? Achso. Ich dachte es sei jetzt ein Schiff. So ein rieses. Riesenschiff. Mit die drei. Atending aber. Oha. Das wäre nur ein Ding. So fährt er jetzt da rein und stinkt? Oder was macht er jetzt? Nö. Der fährt nicht rein. Bist du ja nicht schon groß für so einen Nikolas? Also für so einen Zerstörer bist du ja nicht schon groß. Kann auch täuschen. Ach ja. Unser Team hat in 1.2 begonnen. Ja. Die oberen C. Okay. Da ist niemand. Die sind bei uns. Wenn C schon erobert wird. Dann sind die meisten schon bei uns. Ja. Oder mittig. Ah. Ah. Ich wollte ein A. Nee. Ah. Ich könnte Y. Aber da brauche ich nicht mehr. Emerald. Yeah. Webra. Emerald. Das ist gut. Jetzt komme ich nie wo geschenkt. Das ist sehr gut. Jetzt tue ich es so. Das sei ich hier. Der Torpedoman. Jetzt fliegt der Fahrer rein. Los. Fahr da rein. Er fährt da nicht rein. Er fährt da nicht rein. Ach schade. Da hat sich da hinten auch eine eingestunken. Über eine Minute kann ich hier verweilen. Das ist super. Super gemacht. Zerstörer. Hast du Jute gemacht. Aha. Oh. Ja. Füße in der Hand nehmen und dann los. Ziemlich gefährlich für sowas. Okay. Der ist da hinten. Aber wo ist der? Warte mal. Wie geht das? Kann ich den aufdecken damit? Nee. Äh. Was zum Teufel? Was ist los mit dir? Wieso schubst du mich? Ich gehe ja schon. Ach so. Der will da was rein schieben. Ähm. Ihr wisst schon. Da was rein schießen. Könnte ich auch. Mario mal gucken. Mario mal gucken. Wer was trifft. Aber der schießt nicht. Der sieht uns nicht. Und der schießt auch nicht. Okay. New Yorker kommt dahinten. Algieri ist irgendwie weg. Der ist außen Nebel. Der ist außen Nebel. Und der ist außen Nebel. Der ist ja nicht mehr sichtbar. Da komm ich nicht ran am Moltke. Ja wusste ich's doch. Da ist er doch. Mitsuki. Okay. Ich weiß. Ich soll's nicht machen. Bla bla bla. Aber ich will's machen. Ich will schließlich auch mal was. Hinbekommen. Aha. War mir klar. Kommt damit? Kommt damit? Nö. Wird. Bin ich allein. Mach ich das alleine. Ach. Lädt noch. Jetzt nicht mehr. So. Der wird mich garantiert entdecken. Ich hoffe's ja auch. Ja. Der wird garantiert gleich schießen. Zwei die mich entdeckt haben. Okay. Eigentlich soll ich sowas nicht machen. Ich weiß. Verziehe dich noch so lange du kannst. Äh. Siehst du? Gibt's nicht mehr. Hey Scherz. Hey. Ich will nur ein bisschen Hallo sagen. Ja? Gib mir den Spaß. So. Ah. Unsichtbarer. Mhm. Der soll garantiert hinter mir. Der ein Torpedo. Der wird mich treffen. Ja. Aber der andere. Andere. Das muss hier irgendwo sein. Ja okay. Da war ein bisschen zu viel. Das Guten. Sorry. Dass ich doof war. Und das für die Aufnahme. Sorry. Will ich an der Stelle wieder vorspulen. Ist hoffentlich in Ordnung. Und wir hören uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüss!